Faust ist ein episches Drama in zwei Teilen von Johann Wolfgang von Goethe, das als eines der bedeutendsten Werke der deutschen Literatur gilt. Es wurde erstmals im Jahre 1808 veröffentlicht und hat seitdem Generationen von Lesern und Theaterbesuchern fasziniert. Die Handlung folgt dem Leben von Heinrich Faust, einem Gelehrten und Alchemisten, der von seinem Dasein enttäuscht und unzufrieden ist. Faust sehnt sich nach Wissen und Erfahrung, die er durch seine Studien nicht erreichen kann. In seiner Verzweiflung wendet er sich an den Teufel Mephistopheles, der ihm anbietet, ihm zu helfen, alle seine Wünsche und Sehnsüchte zu erfüllen. Mephistopheles und Faust schließen einen Pakt, der besagt, dass Mephistopheles Faust auf der Suche nach Erfüllung begleitet und ihm alle seine Wünsche erfüllt. Fausts Suche nach Wissen führt ihn schließlich zu einer jungen Frau namens Gretchen, in die er sich verliebt. Doch durch seinen Pakt mit dem Teufel gerät die Beziehung zwischen Faust und Gretchen in einen Abgrund aus Tragödien, die schließlich zum Tod von Gretchen und anderen Figuren führen. Im zweiten Teil des Dramas geht es um Fausts Versuche, sein Leben in Ordnung zu bringen und seine Seele zu retten. Er widmet sich verschiedenen Projekten, um das Leben der Menschen zu verbessern, und er entdeckt schließlich ein neues Interesse an der Natur und der spirituellen Welt. Am Ende seines Lebens wird Faust von Engeln gerettet und in den Himmel aufgenommen. Es gibt also immer noch Hoffnung, die eigene Seele zu retten, selbst für diejenigen, die scheinbar zu weit gegangen sind. Insgesamt ist Faust eine komplexe und tiefgründige Darstellung des menschlichen Strebens nach Wissen, Macht und Erfüllung, sowie der Grenzen und Gefahren dieser Bestrebungen. Goethes Sprache und Schreibstil sind faszinierend und stellen eine bedeutende Leistung in der deutschen Literatur dar.